... Sonne, abgesehen von wenigen Quellholzen und es wird sommerlich warm bei maximal 28 Grad und das Wochenende verspricht Hochsommerwetter bei über 30 Grad. In Svetl hat es derzeit 20 Grad, in Amstetten 21, 22 Grad, Mäden St. Pölten, Polsdorf und Diener Neustadt und in Wien hat es 23 Grad. Kurz nach vier jetzt, guck ich bald durch den Donnerstag Nachhaltag. Radio Niederösterreich, wir informieren Sie im Steirnitz-Untertitel-Service im Land und da beschäftigt uns nach wie vor der fünf Kilometer langen Stau auf der A2 der Südautobahnen Richtung Wien. Kurz nach Mötting hat ja ein Reisebus gebrannt und für die Arbeit muss weiterhin ein Fahrstrafiges verurscht. Jetzt heißt es auch, die Fahrerzeit Richtung Wien hat sich keine Rästunde ausweichen können. Sie können nach wie vor über die B17, wo derzeit allerdings nicht zu empfehlen. Hier zeigen unsere Verkehrskameras nach wie vor Stau ab Grundrömsdorf. Besser ist die Ausweichroute über die B16, da kommen Sie momentan noch ganz gut voran. In Wien staut sie im Nachmittagsverkehr auf der Tangente Richtung Kalkran. Zwischen dem Laberkunnel und der Ausfahrt Handelskirche... Okay, Platz, 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 okay. Mein Papi, ich tue jetzt Arsch, tue jetzt... Ich tue jetzt Arsch, 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 tue jetzt Arsch.